Heftige Regenfälle haben im australischen Bundesstaat New South Wales Überschwemmungen ausgelöst. Örtlich kam es zu Schäden durch Sturzfluten. Mehrere Menschen mussten nach Angaben des Katastrophenschutzes von New South Wales aus Notlagen gerettet werden. Die Behörde warnte vor weiteren Niederschlägen und schweren Gewittern mit Sturm und Hagel im Nordosten des Bundesstaates. An der Südküste könnten innerhalb von 24 Stunden 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Wie der Nationale Wetterdienst mitteilte, sollen heftige Niederschläge am Donnerstag auch den Bundesstaat Victoria treffen. Zum Wochenende hin werde es dann aber trockener, so die Meteorologen.